Ja, das wäre wirklich so und so. Okay. Können wir jetzt hier sogar Steinewege ziehen? Okay. Das war der Plan. So, dann würde ich hier mal sagen, du, es ist noch nicht so weit, aber ich würde trotzdem schon mal bauen. Okay. Und dann können wir zu dir sagen, routentechnisch, hier bitte, zack, und zwar, was möchte ich haben? Tabak, Tabak, und du gehst dahin, zack, und was laden wir hier aus? Tabak und Tabak, raus und raus. Gut. Und was ich von dir eigentlich auch haben will, ist, dass du die Kanonen ablegst. So. Und wenn wir das hier so haben, dann kann ich hier eigentlich auch sagen, das hier kann alles Wald sein. Piraten greifen euer Schiff an. Okay, wenn wir dann da sind, dann müssen wir da ein bisschen Mingel, Mangel, Mangel, Mungel machen. So, und da würde ich dann für Holz sagen. So würde gehen. So wäre eigentlich okay, ne? Das heißt, da würde ich noch ein bisschen hinpacken. Hier hat man noch eine Reihe. Das wäre so. Dann können wir hier runter, genau. Dann können wir nämlich hier sagen, zack, zack. Eins, zwei, drei. Zack, zack. Würde das passen? Hm, fast. Noch einen und aber weiter oben. Okay. Also, eins, zwei, drei. Und dann würde ich dich nehmen. Dich weg. Dich weg, dich weg. Dich weg. Und dann kann ich da natürlich wieder Holz hin tun. So, und da wachsen jetzt erstmal die Bäume. Okay. Okay. So, dann hätte ich erstmal die Stabilisierung des Tabaks wieder ein bisschen im Griff. Das ist dieses Schiff. Das würde ich ganz gerne kurz reparieren. Okay. Na? Hm. Okay. Da hat sich wieder eine Kleinigkeit ein bisschen aufgehangen. Ich bedanke mich an der Stelle trotzdem für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Bis dahin. Ciao mit V und Cheerio. Das Volk bekommt kein Baumaterial. So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben ja gerade diese Insel hier oben erobert. Und wir müssen den ganzen Blödsinn nochmal bauen. Wir hatten, ähm, ja schon geplant gehabt, wie wir den Spaß hier bauen. Wir hatten ein bisschen sogar schon gebaut. Wir hatten zum Beispiel, ähm, wir hatten ja schon, so, Tabakfell. Okay, erstmal abreißen. Hier bitte alles weg. Dankeschön. So. Tabakfell. Wir hatten hier ja schon alles weggemacht. So diesen. Und dann haben wir ja gesagt, hier... Auch noch so. Nicht ganz so haben wir es gesagt, aber so sage ich das jetzt einfach. Gut, und, ähm, das war dann am Wachsen. Und dann haben wir hier unten gesagt, da machen wir noch Bäume hin. So, zum Beispiel. Hier oben machen wir aber Platz. Weil, da kommen Steinmetze hin. Und dann hätten wir hier quasi... einen Steinbruch. Habe ich eigentlich die Schiffe noch hier irgendwo. So, der, der, na wunderbar, der sollte hier runterfahren. Und der hier, der kann nach Hause zum Reparieren. Das heißt aber, das andere Schiff ist auch noch nicht von den Piraten angegriffen worden. Halt, mein anderes Schiff... Ne, nicht die, sondern die. Da ist es noch auf Touren. Und die Lagoa ist auch noch in Ordnung. Okay. Gut, dann würde ich nochmal da hingehen. Und dann würde man jetzt da mal sagen... Also erstmal sagen wir hier... Weg mit dir. Erstmal gehen wir auf 50. Weg. Und weg. Und dann würde man hier nochmal sagen... Wir wollen hier einen Steinbruch. Den haben wir schon. Dann wollen wir hier Steinmetze haben. Aber so rum. Einmal. Zweimal. Und dann würde ich hier doch sagen wollen... So, und da hinten muss man eigentlich fast mal überlegen, ob wir das nicht vielleicht ein bisschen geräumiger gestalten, weil wir haben ja eh den Platz. Zack, zack. Das wäre einer. Ja, dann wäre so rum. Ja, so können wir es machen. Da hätten wir ein bisschen mehr Platz. Ja, doch. Das machen wir so. Dann würde ich nämlich hier sagen... Tabak fällt. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Die Feuerwehr ist, glaub ich, schon unterwegs. Ja. Wo ist denn die eigentlich? Die war doch hier irgendwo... Egal. So, irgendwo war die Feuerwehr. Ist jetzt auch egal. So, da hinten hätten wir dann halt wirklich... So, und hier würde ich die Route schon mal planen. Von hier. Tabak. Tabak. Nach hier unten. Zack. Tabak. Tabak. Raus. Raus. Da laufen auch schon beide. So, und das wäre ja folgendermaßen. Dann würde ich dich nämlich da hinsetzen. Dich könnte ich daneben setzen. Dich könnte ich da hinsetzen. Dann käme ich nämlich außen rum. Dich könnte man nämlich sogar so... Ne, so würde ich dich nicht hinsetzen. So würde ich dich hinsetzen. Und so könnte ich dich hinsetzen. Dann hätten wir ein bisschen mehr Zugang. Und weil wir das eigentlich nicht brauchen. Ein bisschen. Okay, aber ich würde mit dir anfangen. Eigentlich würde es so aufreichen. Wir brauchen hier gar nicht so nah sein. Also... So auf die Stunzen müssen wir gar nicht. Also wir bauen den da mal hin. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Schon wieder. Da ist die Feuerwehr. Da ist die Feuerwehr. Hinter der Kirche versteckt. Okay. So, und dann würde ich da nochmal sagen... Kannst du ihn schon mal loslegen. Eins, zwei, drei. Okay. So, und dann würde ich zu dir sagen... Kann der nächste... Ah, das wäre... Eins, zwei... Kannst du da hin? Könnten uns auch das Ding teilen. Ja, warte mal. Ah, nee. Super. Okay, dann würde ich nämlich jetzt hier sagen... Eins, zwei, drei, vier. So, und dann können wir nämlich zu dir sagen... Du kannst entweder wirklich da hin. Dann könnte ich nämlich hier runterziehen. Aber eigentlich reicht das. Oder ich mache das so. Naja, das wäre aber nicht so gut. Ja, wenn ich das so mache, dann bin ich ja mit dem Weg wieder am Verschwenden. Das heißt, ich würde den so hinbauen. Genau. Können wir nämlich hier mit dem Stein folgendes sagen. So. Wunderbar. Und haben wir schon Tabak? Nee, Tabak haben wir noch nicht. Tabak haben wir noch nicht. Aber wir können den eigentlich auch schon mal auf den Weg schicken. Warum auch immer. So, jetzt können wir aber wieder speichern. Gesichert. Die Sache mit den Steinen wird sich erholen. Da unten bauen wir eigentlich auch schon gleich Wege. Das wäre ja eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Dann könnten wir ja hier den so hinbauen. Und das wäre es auch schon mit dem Holzen. Könnten wir es natürlich auch so machen. So, vielleicht sogar. Auf der anderen Seite. So, haben wir das jetzt. Und da unten. Ok, und du darfst nach Hause. Wir wollen eigentlich welche von den Piraten.